Hallo von der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Super Mario Brothers. In diesem Film geht es um die beiden Brüder Mario und Luigi, die in ihrer eigenen Welt eigentlich eher nicht die Helden sind. Die werden da eher so verspottet und nicht wirklich so ernst genommen, kündigen ihren Job bei einer Klempnerfirma und machen ihre eigene Klempnerfirma auf, was bei ihrer Familie nicht so gut ankommt und ja, Erfolg ist auch eher rar gesät bei den beiden und durch einen Zufall werden sie durch eine Röhre in eine andere Welt katapultiert. Während Mario Glück hat und in das Pilzkönigreich landet, landet Luigi in der Welt von Bowser. Und Bowser hat den Superstern sich von einem anderen Königreich geschnappt und mit diesem Stern wird er praktisch unbesiegbar. Und ja, er möchte auch das Pilzkönigreich erobern, aber nicht unbedingt so, wie man es sich denkt, dass er sich das kaputt machen und einverleiben möchte. Nein, er hat auch einen kleinen Crush auf Bowser. Und macht es er so widerwillig? Stimmt sie da so mehr oder weniger zu, um ihr Königreich vor Schaden zu bewahren? Aber dann kommt auf einmal Mario ins Spiel. Denn Mario möchte nicht nur Luigi wiederfinden, sondern er möchte auch Prinzessin Peach helfen. Ja, und Prinzessin Peach möchte mal gucken, was unser Mario so drauf hat. Und das ist am Anfang eher, naja, nicht so dolle. Er lässt ihm da so einen Parcours, soll er da bewältigen, den Prinzessin Peach eigentlich recht gut meistert. Und Mario braucht da wirklich einen halben Tag und noch einen Teil von der Nacht, um diesen Parcours dann tatsächlich zu meistern. Aber ihm gelingt es später auch. Er gelingt es später, diesen Parcours zu meistern. Und ja, nimmt dann somit den Kampf gegen Bowser auf und holt sich noch ein bisschen Verstärkung und will dann auch versuchen, Luigi auch wieder zu finden, um Bowser dann in seine Schranken zu weisen. Ja, so ungefähr kann man die Story zusammenfassen. Man muss sagen, der Film ist echt gut gemacht. Also immer das mit diesem Trashing Super Mario Bros. Film von 1993 oder 1994 vergleicht. Vergesst diesen Film von damals. Das ist der Mario-Film, auf den man wirklich gewartet hat. Der Film hat sehr viel Humor. Echt viel Humor. Der Film hat eine echt gute Animation. Und der Film hat auch wirklich sehr, sehr viele Easter Eggs. Man hat sehr viele bekannte Figuren in dem Film. Genau das, was man haben möchte. Aber ja, eine Figur, muss ich sagen, fehlt mir dann doch. Yoshi hat mir ein bisschen gefehlt. Da hätte ich anstatt die ein oder andere Figur lieber einen Yoshi drin gehabt. Aber wer weiß, vielleicht kommt er ja in einer zweiten Verfilmung mit rein. Man muss auch sagen, den ging ja zum Amerikanischen. Finde ich jetzt die deutschen Synchronstummen also für mich persönlich recht unbekannt. Denn Mario wird in der amerikanischen Version von Chris Pratt gesprochen. Den man zum Beispiel von Guardians of the Galaxy kennt. In deutschen wird er von Leonard Haarmilch gesprochen. Der Name sagt mir jetzt aktuell gar nichts. Francesca Peach wird im Amerikanischen von Anya Taylor-Joy gesprochen, die man zum Beispiel aus The Menu kennt. Im deutschen von Dahlia Mia Schmidt-Vosz. Luigi wird im Amerikanischen von Charlie Day gesprochen. In deutschen von Garrett Schmidt-Vosz. Wahrscheinlich irgendwie ein Bruder oder Verwandtschaft von Dahlia. Ich könnte es mir gut vorstellen. Aber Bowser wird im Amerikanischen von Jack Black gesprochen. Also das muss ich mir irgendwann mal im Amerikanischen Englischen mal angucken, um zu wissen, wie Jack Black Bowser spricht. In Deutschland wird er von Tobias Meister gesprochen und der Gesang kommt von Daniel Welbert. Ja, wie gesagt, die Synchronstimmen sind nicht schlecht in deutschen, aber irgendwie, ja, gerade bei Bowser fehlte mir so ein bisschen das gewisse Etwas einfach. Da bin ich nicht ganz so mit einverstanden, aber Klagen auf hohem Niveau. Die Stimmen sind okay. Die sind okay. Und wie gesagt, also man hat echt versucht, so viele Facetten aus den verschiedensten Spielen reinzubringen. Man hat versucht wirklich, auch alles so akkurat wie möglich nah an den Videospielen hineinzubringen, heranzubringen und das alles. Also da hat man sich wirklich viele Gedanken gemacht. Man hat sich echt viele Gedanken gemacht. Und der Film ist nicht lang. Also der geht noch nicht mal 90 Minuten. Deswegen hat er ein sehr knackiges Erzähltempo, wo man wirklich kaum mal dazu kommt, irgendwie Luft zu holen oder wo man mal denkt so, ja, jetzt wird es mal ein bisschen ruhiger oder so. Der Film ist echt knackig und da geht es wirklich echt schnell auch zur Sache. Aber man lässt sich trotzdem Zeit, so ein bisschen die Charaktere zu erklären für die Leute, die Mario jetzt nicht so kennen. Und da macht man wirklich eine Menge richtig. Wie gesagt, also bis auf das Yoshi mir fehlt, sind eigentlich so ziemlich alle wichtigen Charaktere dabei gewesen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. Ja, da bin ich wieder. Also muss ich sagen, das ist der Mario-Film, auf den man echt gewartet hat. Der Mario-Film ist lustig, der ist spannend, der hat ein gutes Erzähltempo, eine gute Animation. Ich habe den Film in Real 3D gesehen, war davon auch angetan. Der Ton war okay. Also von daher, man hat echt eine Menge richtig gemacht. Und ich glaube, Nintendo tut gut daran, den Film nicht als Realfilm zu machen, sondern wie jetzt als Animationsfilm. Da hat Nintendo echt wirklich die richtige Entscheidung getroffen. Gut, dass Yoshi fehlt, das ist natürlich für viele Fans aus der Super Mario World-Zeit. Natürlich ein kleiner, ja, kleiner Dämpfer, sag ich jetzt mal, von der Freude her. Aber man hat in den Filmen so viel richtig gemacht. Man hat in den Filmen so viel reingebaut. Wo man wirklich sagen muss, Leute, es ist klagen auf hohem Niveau. Vielleicht kommt der Yoshi in einen möglichen zweiten Teil. Man weiß es nicht, was sie noch alles mit der, mit Super Mario vorhaben und mit den Nintendo-Brands generell vorhaben. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter Teil, wo vielleicht dann ein Yoshi drin vertreten ist. Aber soweit ich das sagen kann, hat man da wirklich echt super Arbeit abgeliefert. Sehr schön. Das hätte echt in die Hose gehen können, aber da hat man wirklich genau alles richtig gemacht. Und somit gebe ich dem Film 4 von 5 Totenköpfen. Das ist wirklich okay. Der Film ist wirklich sehenswert. Der Film hat, wie gesagt, die Synchronstimmung gefiel mir jetzt nicht ganz so gut, gerade von Bowser. Da hätte man ein bisschen mehr vielleicht noch rausholen können. Yoshi fehlt zum Beispiel, was jetzt für mich jetzt persönlich auch schade ist. Aber wie gesagt, klagen auf hohem Niveau. Man hat bei dem Film wirklich viel Spaß. Man hat viele Sachen, wo man sagen kann, ach, das kenne ich noch aus damals, aus den alten Spielen. Oder das kenne ich vielleicht aus den neueren Spielen. Von daher, da holt man jede Menge Leute ab. Und von daher ist das echt gut gemacht. Da bin ich echt mal gespannt, ob und wie es da mit Nintendo in der Filmindustrie so weitergeht. Wenn euch gefällt, was ich mache, drückt doch da auf den Like-Button und drückt auch auf den Abonnieren-Button, wenn ihr Bock habt. Schaut auch mal in der Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die vielleicht für den einen oder anderen für euch interessant sein können. und meinen Kanal könnt ihr damit unterstützen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.